gerade eingetroffen unsere limited edition united colors gripte in sechs verschiedenen farben limitiert auf eine serie von 100 stück und ab sofort erhältlich bei uns im hessencenter oder in der tilfeller straße 10 verpackt in diesen wunderschönen limited edition gripte six packs 100 stück die ersten vorbestellungen sind schon eingetroffen also ideal als weihnachtsgeschenk kommt vorbei solange noch was da ist